Skandalminister, der spätestens seit dem Hambacher Forst dringend zurücktreten muss. Machen wir bei den Jusos, müssen wir auch in der Partei viel stärker machen. Ist eines unserer wichtigsten Themen, kommt von Laschet nur heiße Luft und wir als SPD müssen das jetzt endlich pushen. Hoffe ich zu werden, mal schauen, ob es klappt. Robin Hood, Kölsch, müssen wir bekämpfen, ganz dringend, sonst scheiße, weil ich glaube, dass nur die SPD den Wandel, in dem wir gerade stecken, gestalten kann und zwar so, dass wir alle was davon haben. Ist ein Vollidiot, ein Spalter, ein Hetzer und muss zurücktreten. Das kannst du noch nicht wissen, da bist du viel zu jung zu, Mädel. Meine Heimat, mein Zuhause, Anzugträger, die es nur schaffen, Männer in den Vorstand zu wählen. Sind gerade echt im Keller, wir sollten Politik nicht nur daran orientieren, aber da muss dringend was nach oben gehen. Muss weg. Soziales anderen zu helfen, weil man weiß, dass man selber auch mal in der Lage sein kann. Schon Lehrerin. Muss vereinbar sein, auch in der ehrenamtlichen Arbeit in der Partei. Netflix. Viele richtig coole Frauen bei den Jusos. Müssen wir machen als SPD, ist unsere Aufgabe. Sollte eine Genossin sein. Hund. Habe ich gegengestimmt? Läuft gerade richtig scheiße. Mal schauen, wie es weitergeht. Rein. Karnevalzwein. Freund. Beides. Ja, ich freue mich, dass es gut geklappt hat.